huiah oh oh oh, die Käsereibe ist da da ist aber ein mächtiger wie der der kommt aber nicht hoch oder? wie soll der da reinpassen? also, tretzack oh, der ist noch so laut da wird bestimmt spitz Oh, ich muss hier runter. Warum fremd's hier? Oh, ich leb noch. Ach du Scheiße. Oh oh. Aber ich glaube, wir sind im Wohnzimmer von Kieserei, oder? Ja. Okay, aber hier ist schon mal keiner, wenigstens. Oder nein, das war doch der Raum von vorne, oder nicht? Ach nee. Was ist das? Versteck dich in unserem Bett. Versteck dich in unserem Bett. Aber er sieht uns nicht, oder? Ich hoffe nicht. Oh oh. Mach mal kurz. Aber die Pasterin geht noch kurz nicht. Ja, dann stimmt. Ja, jetzt können wir schnell an ihm vorbeilaufen und hoch. Oh oh, ich glaube, er kommt. Oder? Schnell runter. Versteck dich. Aber er stampft ganz gemütlich. Ja, Mann. Das heißt, er hat uns nicht gesehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, die Batterie geht durch. Aber wir haben fünf Stück. Warte. Oh, der ist durch ganz nah. Oh. Ja, wenn er nicht rein. Jawohl. Easy. Jetzt warten wir kurz, bis er die Treppe wieder runter stampft. Dann geht's hier oben weiter. Dann geht's hier oben weiter. Oh Mann, Schluckwasser. Ja, jetzt geh einfach wieder vor. Kommt er nicht wieder zurück? Oder läuft er runter? Also wenn er jetzt wieder hochkommt, warte lieber mal. Ne, er läuft eben unten. Achtung, ich glaube, jetzt kommt er echt wieder hoch. Einfach das Licht aus. Okay, kurz, kurz. Kurz warten. Durchschnaufen. Ja, eigentlich müsste unser Männchen sich ja schon alles gebrochen haben. Der ist doch das zweite Mal jetzt schon... Der fliegt doch nur rum in den ganzen Dingen. Ja. Ich glaube, es ist noch eins. Alles glücklich. Ich höre ihn nicht mal mehr. Ja, aber jetzt sind wir dir mal gut aus dem Weg gegangen. Ja. Worauf wartest du? Nee, geh da in die Tür hin. Nee, geh da in die Tür hin. Oh. Ich höre ihn runter oder jetzt? Ich höre ihn die Tür aufgefreten. Rechts lang. Er versteckt dich hier drin. Schnell. Oh. Scheiße, Mann. Ich höre ihn. Warte. Oh. Ich höre ihn. Oh, ich höre ihn. Oh. Geil, das ist schön. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn an dem Gitter. Ja, und guck, oben kommen wir jetzt also nicht raus? Oder kommen wir nicht weg? Doch, oben links, da wo er die Tür eingetreten hat. Wo hat er die Tür eingetreten? Der kam uns doch hier von links entgegen. Da hat er doch irgendwas eingeschlagen. Und durch die Tür können wir jetzt durchlaufen. Treppe hoch? Oder warten wir bis wir wieder runter kommen? Ich weiß es nicht. Nee, komm, geh mal hoch. Mal wartet, bevor er uns jetzt zieht. Kommt er? Ich höre ihn doch. Ich höre ihn auch. Kurzen Moment. Ja, wenn er auf der Treppe, hören wir ihn doch. Oder patrouilliert er jetzt nur nach oben. Ich geh jetzt hoch, scheiße. Und hier links, dann guck mal. Da war doch der Garten. Nein, hier geht's nicht rein. Da steht einer, oder? Ja. Okay, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Schau was. Aber wir wollen aus dem Dusch runter. Wir brauchen andere. Aber geh erst... Nee, hier geht's eh nicht rein. Du kannst dich aber ducken. Und gucken, ob du noch rein kannst. Oh, fuck. Und der Gesser? Nee, aber warte mal kurz. Hier geht's, glaube ich, richtig weiter. Dann gehen wir doch lieber mal zurück und gucken nach rechts, ob es da Batterien gibt. Okay. Da hat der nicht gerade erschrocken. Nee, es gibt ein paar Schocker. Ein paar gute Schocker hatte ich wieder auf jeden Fall. Oh ja. Hat der Wachmann eine Batterie? Nee. Aber was anderes fehlt ihm. So, okay. Ähm. Da ist der... Da war der Raum, wo er den gekürzt hat. Da müssen wir jetzt aber nicht rein, oder? Ja. Ich hoffe mal, doch. Versuchen aber lieber erstmal die andere Tür, ob die aufgeht. Die geht nicht... garantiert nicht auf. Guck, ich muss nicht mal rütteln, weil immer da ist ein Zeichen, da in Viereck. Das ist die Käsereibe. Und er sieht dich. Nee, das ist gar nicht die Käsereibe. Jagt er uns? Doch. Mach mal lieber aus. Mach mal lieber aus. Nee, das ist ein Blaschoff. Der hat eine Zwangsjacke an, da kannst gar nichts machen. Guck mal, weil die... Guck dich mal richtig um, hier müssen noch mal wieder Batterien sein. Also ich glaub nicht, dass die wackeln hier rum, die nur um die Häftlinge. Und da, irgendwie der geht mir auf die Eier, was läuft der uns hinterher? Gell? Aber er macht ja nichts. Was geh mal zu dem? Das ist so gut, super schön. Das ist als ob der Lebra im Gesicht oder so unter so. Das ist komische Verbände drauf. Willst du mir helfen? Aber ich glaub hier ist gar keine Gefahr, weil laufen wir schon so lange rum. Vielleicht in irgendeiner Zelle wieder so ein Loch. Ja, von hier kommen wir. Ja, das ist gut. Irgendwas war doch gerade. Was war das für ein Geräusch? Wie so eine Kettensäge oder so? Voll bitter, wenn es einen juckt, wenn man eine Zwangsjacke anhat. Das hat einen Zahn. Aber doch nicht. Da fangen sie zu Stress aus. Doch, aber da ist ja hoch und fließt. Ja. Aber irgendwie geht das nicht. Der nervt. Aha. Und die machen richtig Travall die Leute hier. Ah, hier. Guten Morgen. Und wie sind die ein bisschen lustig. Das ist wie der Nacke da. Danke, Alter. Ey, das war echt korrekt, aber er hat mich trotzdem mächtig erschreckt. Ach so, wie ging das? Oh, der hat uns aufgerannt. Vielleicht fällt mir die Tricks durch. Boah, der ist rauf in dir. Ich dachte gerade, der hätte die Kamera verloren. Ah, hier wieder fehlen. Es gibt bestimmt wieder einen Hinweis. Oder... Ach nee, gar nicht. Oh, der hat ganz schön Schiss. Hulten uns Zeugen mal wieder. Also mir versteckt das echt die Sprache die ganze Zeit. Da bin ich echt angespannt. Ich auch. Die haben jetzt eine ganz schöne Schippe draufgelegt. Ja, am Anfang war es ja noch ein bisschen Hi-Tai-Tai. Und jetzt? Bisschen an die Steuerung gewöhnen und jetzt kommen die großen Kaliber. Jetzt wieder mal selber lesen alle bitte. Ein Deutscher. Was soll das mit seiner Katze in den Mund? Was soll das mit seiner Katze in den Mund? Da. Und der Pflege seiner Katze widmete. Immer wird irgendwo eine Katze erwähnt. Ist du fertig? Ja. Muss ich erstmal das off-tracken? Oder vielleicht hoch gehen? Ja, okay. Hier ist nichts. Ja, echt ein krasses Irgendein. Ist ja auch mehr in Gefängnis als in irgendeinem Haus, oder? Mhm. Ganz wahrscheinlich so eine Psychoanstalt für Gewalttäter oder so. Ja. Ich will ja auch nicht mit mein Batterie... Ist da eine Batterie. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt müsste erstmal langsam wieder eine Batterie führen. Wir haben es weggekackt. Was war... Das war ein Stein oder so? Äh... Hä? Lauf der lang? Du kannst doch hier den Rand lang laufen. Wo ist denn der? Lauf doch einfach hier lang. Ja, der Typ ist weg. Ja, also... Äh... Ich glaub nicht, dass wir da runterfallen sollten, oder? Jetzt sind wir wieder hier. Kannst du da nicht am Rand lang laufen? Nehmen... Doch, konnte ich gerade irgendwie, aber... Doch, konnte ich gerade irgendwie...